. Belga ist jetzt unter Radar. Umschalten auf E2-Bild. Da wären wir. Feindgebiet voraus. Überland in 60 Sekunden. Comanche, Dagger One, Status. Comanche, Status grün. Ihr Kommando. Roger. Daggerangriff. Tomahawks gestartet. Jetzt gibt's kein Zurück. Dagger's. Angriffsformation. Dagger's bereit. Zieleinflug. 2 Minuten und 30 Sekunden. In 3, 2, 1, Mark. 2 Mark. 3 Mark. 4 Mark. 4 Mark. 1 Mark. Wir gehen rein. Seien wir uns nicht so sicher. Mehr Akaten. Drei Uhr hoch. Zwei Minuten bis zum Ziel. Copy. Sind ein paar Sekunden zurück, Röster. Rücktau. 30 Sekunden bis Tomahawk-Einschlag auf feindlicher Basis. Dagger, Comanche. Feindflugzeuge in der Luft. Eine Gruppe, zwei Kontakte. Wo kommen die plötzlich her? Langstreckenpatrouille? Comanche, wie ist Ihr Kurs? Vom Referenzpunkt 09050, Kurs Südwest. Sie entfernen sich von uns. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. In der Sekunde, in der die Tomahawks einschlagen, drehen Sie bei, um das Ziel zu verteidigen. Wir müssen vor Ihnen da sein. Geschwindigkeit erhöhen. Wir bleiben dran, man. Warten Sie nicht auf mich. Sir, Daggerstruhen vorliegen hinter dem Zeitplan. Zeit zum Ziel, eine Minute zwanzig. Tomahawk, Einschlag in drei, zwei... Einschlag. Feindliches Rollfeld zerstört. Jetzt wissen Sie, dass wir kommen. Bandits ändern Kurs zur Verteidigung des Ziels. Looster, wo bist du? Los, Rooster. Bandits kommen näher. Wir müssen Zeitkurs machen. Gib Stoff! Vorsicht, Phoenix. Sir, Bandits sind zwei Minuten vorm Ziel. Dagger ist eine Minute vorm Ziel. Mach schon, Rooster. Leg mein Zahn zu. Leute, wir fallen zurück. Wir müssen schneller werden. Wenn wir nicht auftreten, werden die Bandits am Ziel schon auf uns warten.